Ja, willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest mit dem Add-On Immortal Throne. Wir stehen hier wieder vor dem Portal, das uns zurück ins Grab des Ramses führen wird, wo wir auch Quest-technisch, also Story-Quest-technisch hin müssen. Und wir waren hier ganz kurz in Themen verkaufen, nachdem in Memphis kein Karawanenführer war, dass wir unsere Schätze einlagern können. Dann, so, hier haben wir einigermaßen aufgeräumt, wir sammeln mal kurz alles ein. Genau, deswegen wollte ich auch verkaufen, weil hier schon wieder irrsinnig viele Schätze rumliegen. Ach, guck mal an. Hier sind noch allerhand Schätze zu bergen, wie es aussieht. Und immer dieser mechanischen Kollegen hier, ich mache total keinen Schaden an, das ist total krank. So, die sind tot, der ist tot. Ich bin glücklich. Und ihr hoffentlich auch. So, ach, da ist auch eine Kiste. Was haben denn da für Schätze drin? Natürlich keine. Aber ich darf mich nicht beschweren, wir haben in der letzten Folge... Ähm... Achso, ja. Wir haben in der letzten... Königliche Truhe schon wieder. Ein blaues Item gefunden. Eine schöne... Ähm... Eine schöne Rüstung. Ich zeige die nochmal ganz kurz. Die habe ich hier fein säuberlich eingelagert. Allerdings fehlt uns einiges an Stärke. Erforderliche Stärke 203. Und wir haben gerade mal 179. Das heißt, ohne ein paar Buffs werden wir so schnell diese Rüstung nicht anlegen können. Was ich sehr schade finde. Weil die gefällt mir von den Stats her doch deutlich. Lassen die was fallen? Natürlich nicht. Immer so ein paar mechanische Teile fallen lassen können. Hier hinten sind noch ein paar Schlingel. Ähm... Da versagt meine Stimme auch schon wieder. Obwohl ich gerade in der Pause einen Schluck Kaffee mir genehmigt habe. Allerdings scheint der auch nicht mehr zu wirken. Und meinen schwarzen Tee habe ich auf der Arbeit vergessen. So ein Jammer aber auch. Ja, der Glenvan steigt mal ein bisschen von Kaffee auf Tee um. Zumindest, ähm... Finde ich das angenehmer. Was heißt... Also ich meine jetzt nicht vom Geschmack her, sondern von der Zubereitung her. Ich hatte zwar eine Kaffeemaschine neben, ähm... Neben meinem PC stehen. Allerdings... Aber ja klar, dass hier noch welche sind. Na, kommt schon. Allerdings, ähm... So eine Teekanne mit, äh... Richtig schönen 1 Liter voll... Vollem schwarzen Tee oder so. Den man immer wieder schön gemütlich nachgießen kann. Und seine Wärme nicht verliert. Aufgrund eines Teelichts. Ähm... Klar, man kann sich natürlich auch eine Warmhaltekanne für... Für einen Kaffee holen. Aber mir schmeckt das irgendwie nicht, ne? Wenn der Kaffee so ein bisschen... Gesch... Oh... Gestanden hat. Ich glaube, hier passiert was drin. Ähm... Dann schmeckt er mir nicht mehr so gut. Ich pushe mich mal ein wenig hier auf. Bevor wir hier reingehen. Aha, Hauptaufgabe aktualisiert. Was haben wir denn hier? Oha. Es ist der Telkin. Aha. Ach, natürlich. Ja, natürlich. Ich will das auch können. So. Hä? Boah, krass. Einen haben schon getötet. Was denn... Was geht denn hier? Ach, das wird ja echtes sein, ne? Was hat der gesagt? Ich will das wissen. Boah. Krass. Bossmonster getötet. Das gibt natürlich ordentlich Erfahrung. Ach, kacke. Daneben. Ich glaube, wir sollten nicht hier drinstehen in diesen gelben Scheinteilen. Ja, mein Deutsch ist echt geil, ne? So. Scheinteile. Scheinehe, Scheinteile. Okay. Ist ja fast dasselbe. So. Da knistern wir ihm mal. Ja, natürlich. Jetzt kommen seine Lakaien hier. Ach, komm schon. Naja, komm, so schwer ist er jetzt nicht, ne? Oh. Meine Gesundheit. Muss ich mal mehr drauf achten, ne? So, schön getroffen. Die Hälfte hat er weg. So, das kriegen wir hin. Ah, jetzt kommen ja die, die... Ah, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Dann wären wir gleich durch Thebu, ne? Durch das Tor, wo wir... Was wir nicht gekommen sind. Wahrscheinlich in den dritten Akt gelangen. Durch irgendeine Reisemöglichkeit oder so. Ich hab keine Ahnung. Bin ich schon gespannt. Ich weiß, wohin es geht. Ähm. Naja, eigentlich ist es kein Spoiler, wohin es geht. Man kann es auf Wikipedia nachlesen. So. Egal, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Ach, nee. So, die ersten zwei sind natürlich wieder... Aha. Ist er jetzt tot? Ich würde sagen... Sehr geil. Wir haben die Tafel hier. Eine mystische Kugel. Ach ja, da sind Schätze drin, glaube ich. Nice. Eine Militäraxt ist natürlich nicht nice, aber... Der Wille zählt, ne? So. Hier, Gold, Gold. Ein Amulett. Beinwinkel. Ah, ich dachte schon, wir können nichts mehr tragen. Weil wir so eine Pussy sind. So, hier oben ist nichts. Wo sind denn jetzt hier die Truhen? Verdammt nochmal. Tja. Hm. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Kann das sein? Ähm. Ich schau mal ganz kurz. War das auf Q? Ja. Nehmen Sie die seltsame Tafel und treffen Sie sich mit Imhotep in Theben. Ja, wir müssen wieder zurück nach Theben. Allerdings... Warum sind hier so wenig Truhen? Das... Boah, ich muss mal in Beschwerde melden. Ach, die gibt es ja nicht mehr. Schade. Naja. Schade eigentlich. So, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es auch keinen Weg hinaus. Das heißt... Wir nehmen ein Portal. Äh... Nach Theben, bitte. Sehr nice. Ah, draußen ist es schon dunkel. Was ist das denn jetzt hier? Das... Diesen Effekt hier muss ich nicht verstehen, oder? Hier, den. Seht ihr das? Okay. Okay. Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schau selbst. Du wirst keine besseren finden. Ja, komm. Ich verkaufe die, weil die ist nicht wesentlich besser. 18 Schaden. Ist natürlich auch nice. So. Verkaufen. Und nochmal verkaufen. Und... Schlecht. So. Wir haben diese... Ja, diese Keilschrifttafel. Vielen Dank. Damit sollen wir jetzt zu Immotep gehen. Wo steht der denn? Warte mal. Wahrscheinlich hier oben. Durch... Genau. Jetzt kommen wir nämlich hier durch. Du hast den Telkine besiegt? Hervorragend. Vielleicht gibt es jetzt noch Hoffnung. Du musst nach Babylon. In diesem Augenblick wird die Stadt von einem weiteren Telkine angegriffen. Was ist das für eine Tafel, die du gefunden hast? Lass mich einen Blick darauf werfen. Hm. Oh nein. Jetzt weiß ich, wonach dieser Telkine gesucht hat. Diese Tafel enthüllt, dass im Tempel des Marduk unter den hängenden Gärten die Sichel des Kronos ruht. Diese Sichel wurde von den Titanen im großen Krieg benutzt und besitzt die Macht, sogar einen Gott zu töten. Wenn diese Sichel in die Hände der Telkine gelangt, sind wir alle verdammt. Beeile dich. Es ist äußerst wichtig, dass du sofort nach Babylon abreist. Die Zeit reicht nicht, um zu Land oder zu Wasser zu reisen. Es gibt vielleicht einen besseren Weg. Gehe zum Tempel der Hatschepsut. Dort findest du ein altes Portal. Das Zepter der Ewigkeit ist ein Schlüssel zu vielen Reichen und kann mit dem Portal benutzt werden, um dich nach Babylon zu bringen. Lege das Zepter vor dem Portal ab und schreite hindurch. Gehe so schnell wie möglich. Wir kommen vielleicht schon zu spät. Ja, wir sollen nach Hatscheput Tempel, zum Hatscheput Tempel oder so ähnlich. Wir haben zwei Fähigkeitenpunkte erhalten. Nice. Die werden wir natürlich erstmal weise einsetzen. Ich hab schon wieder keine Ahnung. Phantom, nee, das nicht. Warte mal, was ist das hier? Realitätsstörung, ne? Ach, die haben wir schon voll geupgradet hier. Verbraucht die jetzt hier weniger Energiekosten? Warte mal. Oben, äh, auf Stufe 1 verbraucht die 112 Energiekosten und auf Stufe 2 nur noch 104? Hm. Ach, scheiße, das geht da drauf, wa? Das ist natürlich Verarsche. Naja, egal, komm, ich setz die rein. Scheiß drauf. So, er will nochmal mit uns reden. Da, das Tor ist offen. Gehe, Held, oder Undenkbares wird über uns kommen. Ja, danke für den Hinweis. Ich hab gesehen, dass das Tor offen ist. Fahrt der Hatscheput. Yay, Brunnen der Wiederbelebung. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Ach, guck mal hier. Lauter Hyänen und, äh, so, so, Läufer. Hier werden wir uns erstmal ein wenig austoben. Yeah, komm schon. Und, quatsch. Ah, wer, wer, was wird das denn das hier? Hat sich angehört wie so eine Feuerwerksrakete, so ein bisschen. Ja, ne? So. Wir dürfen ruhig mal was droppen dürfen hier. Für die Meisterleistung. Naja, mehr oder weniger Meisterleistung. So. So, ein Gesundheitstrank und ein Großhelm, den wir nicht gebrauchen können, weil er Schrott ist. Denke ich mal, also gehe ich mal von aus. Bei Game Items bin ich mir ziemlich sicher, dass es Schrott ist. Oho. Achso, ich dachte, da wäre so ein Trittseil, aber das gibt es, glaube ich, hier nicht so Fallen. So, zack. Die sind auch kaputt. Eine königliche Truhe mitten auf dem Weg. Nice. Ach, komm schon. So, das Gold nehmen wir natürlich dankend an uns. Ach, noch mehr. Geier. Okay, mal gucken, ob hier nicht noch mehr sind. Nö, das waren ausnahmsweise mal alle. So, bevor ich da oben allerdings lang gehe, räume ich den Weg hier unten nochmal auf. Gibt natürlich alles Erfahrungspunkte, deswegen sollte man die nicht liegen lassen. Reicht das bis da? Ja. Boah, sehr nice. Schlachtbogen. Klingt gut. Einmal kann ich den auch mal als Bogenschutze spielen, ne? Anstatt mit Speer. Allerdings hat der später so viel Verteidigung, dass es eigentlich Sinn macht, in den Nahkampf zu gehen. Und diese ganzen, ähm, genau, die haben wir vorhin übersehen. Äh, diese, diese ganzen, ähm, ach komm schon. Ähm, ja, Bereisszauber zu wirken. Wie zum Beispiel die Realitätsstörung auf der Taste 1. Also das nicht, das ist die Welle. Also das nicht, das ist die Welle. Ich meine das hier. Wolfsklaue. Können wir das irgendwie kombinieren? Ähm, natürlich können wir das. So. Haben wir ansonsten noch irgendwas, was wir kombinieren können? Ja. Ansonsten glaube ich nicht, ne? Ähm. Ne, hier sind keine. Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Hoch zum Tempel der Hatscheput, oder wie die heißen. Ich hab da schon ja, ach da steht's ja, Hatschepsut. Und, ja, da hat, da musste wohl jemand niesen bei der Namensgebung. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es die wirklich. Oder gab's die wirklich. Da ist schon der Tempel. Wird der jetzt hier belagert oder so? Das wär natürlich nice. Dann hätten wir noch ein bisschen, also nicht nice für die. Aber, dann könnten wir noch ein wenig Erfahrung sammeln. Und vielleicht noch das ein oder andere Level abschaffen. Naja, wahrscheinlich eher das eine, das, 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 dauert ein bisschen, wie ihr hier seht. Naja, ich dachte, die Realitätsstörung ist ab. Aber sie ist es nicht. Ich verschwende sie lieber für drei Käfer. Naja, einen hab ich nicht getroffen. Das macht allerdings nichts. Wir haben auch keine Energietränke mehr, fällt mir mal so auf. Das ist natürlich schade. So stehen wir irgendwann mal chancenlos da. Wir haben zwar noch unseren Speer. Allerdings, äh, im Vergleich zum magischen Zauber. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Ihr wisst aber, was ich meine. Ist, ist das, ist das nichts? Na komm näher. Seht ihr? Du brauchst mehr Energie. Genau. Jetzt stehen wir hier da und müssen unseren Speer benutzen, der sowas von nichts abzieht. Also er zieht schon was ab. Allerdings ist er nicht so effizient. Als das. Als da. Genau, als wie das. So, Gold. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich nochmal zurückgehe, um mir Energietränke zu holen, oder? Ja, es ist wahrscheinlich besser, ne? Allerdings ist das sehr weit weg. Nee, ich glaub nicht. Der Meisterschaft. Ach, kacke. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Den haben wir hier verpasst. Vielleicht sind hier noch mehr. Nee. Naja, ich geh nochmal ganz kurz zurück und kauf mal ein paar Energietränke und verkauf im Gegenzug dazu wieder ein paar, äh, Heiltränke. Denn, ähm, davon, ich schau mal ganz kurz, ne? Das sagt, glaub ich, alles. Wir haben echt genug. So, hier liegen noch die Leichen. Jetzt sehen wir die auch mal in der Morgendämmerung. Sehr nice. Haben wir ordentlich aufgeräumt hier und den Weg für die Händler und für die Einwohner hier wieder sicherer gemacht. Hoho. Glemmernder Wohltäter. Naja. So, hier haben wir auch schon ein... Meine Rüstung ist doppelt verstärkt und mit Garantie auf Lebenszeit. Naja, die Lebenszeitsgarantie sollte man nicht zu ernst nehmen. So, erstmal weg mit dem Brotz. Das geht auch weg. Dann packen wir mal lieber hier sowas rein. Das Ding hat hier auch nichts zu suchen. Ähm, so. Warte mal. Das ist natürlich kacke jetzt hier sortiert. Ich weiß, dass es eine Autosortierfunktion gibt. Das müsst ihr mir nicht sagen. So. Die Stäbe... Boah, die Stäbe, die nehmen unwahrscheinlich viel Platz weg. So, dann verkaufen wir die hier mal. Ne? Wir haben echt genug Heiltränke. Ich glaube, ich darf mich nicht beschweren hier. So, das kommt hier hin. Ach so, der Ring kommt auch noch weg. Beziehungsweise ich mach die Reihe hier auch nochmal frei. Und... Kommt diese zwei Reihen hier frei. Und... Ihr seht, wir haben hier Fünferstext überall, ne? Eigentlich müsste ich die Kleinen hier verkaufen. Ne, das sind einfache... Naja, müsste ich mal durchgucken. Äh, mach ich jetzt allerdings nicht. Und... Wir kaufen uns einfach diese, ähm... Zehn Plätze mit A... Also A5... Energietränke voll. So. Und dann würde ich sagen... Na, haben wir es. Ja, lebe du auch wohl, mein Freund. Denn wir müssen nach Babylon. Wenn wir diesen... Dieses Portal-Dings da gefunden haben. So. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir noch von Akt 3 entfernt sind. Wir haben den Telkini hier besiegt. Das heißt, die... Gefahr dieses Landes hier... Ist, ähm... Ja, erstmal aufgehoben. Allerdings treibt in Babylon noch ein Telkin sein Unwesen. Da müssen wir jetzt nämlich hin. Und... Ja, da bin ich mal gespannt. Was uns so alles erwarten wird. Hier sind auch schon jede Menge Monster wieder am Tempel. Ach, ja. So, zack. Und hier einmal durch, bitte. So, die haben natürlich nichts getroppt. Die auch nicht, die Schweine. So, erst auf den... Auf den Obelisk. Ja, komm, der ist Verschwendung eigentlich. Doch, wir haben sie noch getroffen. Sehr nice. Ich dachte, wir treffen ihn nicht mehr. So. Hier ist nichts getroppt. Vielleicht kriegen wir die hier alle irgendwie zusammen. Ich glaube nicht. Die Bogenschützen sind nicht, ähm... Zu überzeugen. Ihren Standort zu wechseln. Ach, Kacke. Das war nicht gut. Wir hätten entweder den oben oder unten mitnehmen müssen. Egal. Oh, dafür haben sie einen Energietrank getroppt, den wir auch gerade vorhin schon einmal verschwendet. Also nicht verschwendet haben, aber benutzt haben. Da kommen schon diese Zombie-Affen. Sollen uns aber nicht stören. Ein paar gezielte Hiebe. Na, kommt. Ich mach das lieber hier und, ähm... Die Welle hier. Na, komm schon. Denn wenn wir den Obelisk besiegen, dann verschwinden, meine ich, auch die Skelette. Das sah zumindest so aus eben. Aha, die stehen sehr schön beieinander. Das wird Zeit für eine Relitätsstörung hier. Zack. Hä, wieso geh ich mal so abgehackt, ey? So. Einmal. Ach, Kacke. Jetzt haben wir natürlich nix. Doch, Relitätsstörungen haben wir. Extra für euch. Sehr nice. So. Naja, ich hoffe, das liegt nicht an der Maus hier mit den abgehackten, äh... Gehen. Weil es wäre sehr ärgerlich, wenn ich hier wieder so so eine Art Doppelklick oder so Effekt hätte. Das würde mich wieder teuer zu stehlen kommen, oder so. Keine Ahnung, der Spruch geht. Na. Muss ich jetzt echt von hier oben? Ja, scheinbar schon. Eine große Kiste. Die öffnen wir mal freudig. So, Essenz. Mhm. Gucken mal, ob wir die irgendwo einsetzen können. Ja, können wir. Zack. Da fehlt uns noch eins. Ähm, naja. Sonst haben wir nur Crab gefunden. Und ich würde sagen, bevor wir hier in den Tempel der Hatschub-Set reingehen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne. Also, bis dann. Ich hoffe, ihr seid doch über die Würze schon malen. Ich hoffe, ihr seid doch